Ja, ja, die Wii U hat gerade Spiele, Ebbe. Es kommt nichts raus und wenn, dann ist es nicht so ansprechend. Aber einen Titel gibt es noch, der könnte was richtig Geiles sein. Viele sagen, das ist das beste Wii U-exklusive Spiel momentan auf dem Markt. Dass es einen unglaublich geilen Humor besitzt. Und, naja, deswegen möchte ich mir das natürlich auch mal anschauen. Es ist Lego City Undercover. Ja, GTA für Kinder, sagen die Lästertanten. Aber ist mir scheißegal, wenn das Spiel cool und lustig ist, dann ist es halt GTA für Kinder. Für mich ist es mal was ganz Neues, so ein Lego-Spiel. Und die Verpackung, also die Limited Edition, man kann es sich ja auch runterladen, ist aber nicht zu empfehlen. Also empfehle ich schon mal so oder so nicht, weil es viel zu teuer ist. Aber in diesem Fall empfehle ich sogar doppelt und dreifach nicht. Weil wenn man es runterlädt, dann ist es über 20 GB groß, wenn ich mich nicht irre. Also mega krass. Also macht das nicht, macht das bloß nicht. Kauft es euch im Laden, die Retail-Version. Muss ja nicht die Limited Edition sein. Auch wenn die wirklich cool aussieht. Hier, schau mal, siehst du? Ist schon geil. Was befindet sich denn darin? Und da haben wir auch noch ein paar Szenen zum angucken. Möchte ich nicht kaputt machen, aber Gott sei Dank lässt es sich auch sehr leicht öffnen. Da bin ich ja sehr dankbar. Das hier ist das Spiel. Was haben wir da noch drin? Ah genau, das ist diese Figur. Die Figur ist nur in der Limited Edition mit dabei. Chase McCain. Das ist unser Protagonist. Weg damit. Aus dem Bild. Fokus ist jetzt auf der Spielfigur. Komm raus, Chase McCain. Wir wollen den Let's Play. Ah scheiße, der ist ein Einzeltollen. Ich dachte, der wäre schon zusammengebaut. Oh fuck. Das hat sich dann wohl erledigt mit dem Let's Play. Chase McCain ist tot. Er wurde zerstückelt. Wollen wir ihn mal schnell zusammenbauen. Hier guck, dein Kopf. Er schaut aus, als würde er gerade heulen. Aber das ist sein Bart. Ich habe keinen Fokus. Jetzt habe ich Fokus. Yeah, schau mal. Und du kriegst noch Haare. Ohne Haare geht nix. Ein bisschen verschieben. Damit du auch was siehst. So, jetzt siehst du gut aus. Eine Knarre fehlt dir noch. Aber die kriegst du bestimmt dann im Spiel. Auf jeden Fall ganz nett. Diese Original von Lego herausgebrachte Chase McCain Figur. Aber zum Spiel. Ja, Cover kennen wir. Das hier befindet sich da hinten. Aber ich würde sagen, ich werde jetzt das hier erstmal aufmachen. Diesmal ohne Messer. Oder? Komm schon. Ja. Genau. So schwer ist das wirklich nicht. Aber hinter der Kamera ist es halt immer was anderes. So, da ist er. Das ist da hinten. Vorne haben wir es schon 20 Mal gesehen. Jetzt wollen wir wissen, was drin ist. Wieder mal die Codes. Schön und gut. Eine Beschreibung, die sogar etwas größer ist als die von Luigi's Mansion. Also im klassischen Stile. Oder ne, das sind einfach nur Millionen Sprachen, wie ich gerade feststelle. Ja. Gut. Naja, meinetwegen. Äh, ja. Crap. Wie immer. Sicherheitsinformationen und so Mist braucht keiner. Und das Cover. Ja gut. Ist das gleiche wie vorne auf der Hülle. Dann würde ich sagen, werden wir, denke ich mal, viel Spaß damit haben. Das Let's Play startet schon heute im Laufe des Tages. So gegen Spätnachmittag würde ich mal sagen. Mal gucken, wann ich das schaffe hochzuladen. Jetzt hat man mich vielleicht sogar gesehen hinter der Kamera. Voll fail. Aber ist egal. Ja, bis dann. Ciao.